Test mal so ein Satz, nehmen wir das schwarze. Test mal so ein Satz. Silvester 2.0, 13 Uhr. Ja, schieß dann gleich mal. Zum probieren, erstes Schlag, wir hauen es da oben dann. So, legen wir, tun wir Mischungen auflegen oder wie tun wir? Das sind auch Hütten. Also, ja. Silvester 2.0, voll im Gange. Ari, wie dachtest du bis jetzt? Pet, was sagst du? Du bist ja bis der schon auf dem Gange. Sehr gut. Genau, wir sind jetzt bei der Mischung. Mal schon wieder vorm Grell sein auf der Kamera. Bisschen windig haben wir es, aber kein Thema. Zwei so Rauchtöpfe. Scheiß Auto versauen. Mal schon wieder. Mischung. Bis zum nächsten Mal. So, Gregor, was haben wir da? Was ist denn der? Smoothie. Wo hast du das geäfen? Ihr Dickl ist da. Da oben. Die Mono. Gaseck, Rauchbomben auf alle Fälle. Gregor, du musst schon fragen, was da ist. Kannst du das du lesen? Ich nehme mal neue Kamera heute einweihen. Jetzt fühl ich mich aber hier mit dem... Was für Form? Ole, auf einmal. Na, die, 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 die... Ich helfe Dauerzünden, ha? Ja, ja, da brauchen wir Zündstuhl. 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.